Theo Klöckner ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der 1959 mit Schwarz-Weiß-Essen in die FB-Pokal und 1965 mit Werder Bremen die deutsche Meisterschaft gewann. Laufbahn Der gelernte Elektriker Theo Klöckner kam 1954 vom Mülheimer SV 07 zum VfB Spelldorf, dem Verein des Altnationaltorhüters und späteren Ehrenvorsitzenden dieses Mülheimer-Klubs, Fritz Buchloh. Mit Spelldorf erreichte Klöckner 1956 die K-Sekunden-Endspiel um die deutsche Amateurmeisterschaft. Im Finale wurde er bereits in der Anfangsphase nach brutalen Attacken seines Gegenspielers durch einen Wadenbeinbruch schwer verletzt. Er zielte aber trotz Handicap den zwischenzeitlichen 2-zu-2-Ausgleich. Auswechselungen waren damals noch nicht erlaubt. Zur Saison 1956-57 wechselte Theo Klöckner dann zu Schwarz-Weiß-Essen. Seinen größten Erfolg in Schwarz-Weiß feierte er 1959. Am 27. Dezember gewann das Team den DFB-Pokal. Im Endspiel siegte SWE mit 5-zu-2 gegen Borussia Neunkirchen. Klöckner war Torschütze zum zwischenzeitlichen 3-zu-0. Bis 1963 blieb Theo Klöckner am Essener Uhlenkrug. Das Team pendelte in dieser Zeit zwischen der alten 2-Liga und der Oberliga West. In der Oberliga brachte Klöckner es auf 102 Spiele und 28 Tore. Da Schwarz-Weiß-Essen keine Aufnahme in die neue Bundesliga fand, wechselte Theo Klöckner 1963 mit 29 Jahren in den Norden zu Werder Bremen. Im zweiten Jahr der Liga 1964-65 führte Trainer Willi Multaub die Bremmer zur deutschen Meisterschaft. Klöckner kam in der Meistersaison 17 Mal zum Einsatz. Insgesamt kam er bei Werder auf 31 Bundesligaspiele. Im Sommer 1965 wechselte er wieder zurück zu Schwarz-Weiß-Essen. Mit dem Klub erreichte Theo Klöckner 1967 als Regionalliga-Wiesemeister die Bundesliga-Aufstiegsrunde und verpasste hinter Borussia Neunkirchen nur knapp den Aufstieg ins Oberhaus. Danach nahm er Abschied vom großen Fußball und kehrte zum VfB Spelldorf zurück. Dort erreichte er 1969 unter dem späteren Uettinger Bundesliga-Trainer Klaus Quinkert den Aufstieg in die höchste Amateurklasse. Nationalmannschaft Im Dezember 1958 wurde Klöckner von Bundestrainer Sepp Herberger in die Nationalmannschaft berufen. Sein Debüt bestritt er beim Spiel in Kairo gegen Ägypten, das mit 1 zu 2 verloren wurde. Es war insofern ein bemerkenswertes Spiel, als es das erste Länderspiel einer deutschen Nationalmannschaft außerhalb Europas war. Helmut Rahn besetzte den rechten Theo Klöckner den linken Flügel. Klöckner bestritt danach noch ein weiteres Länderspiel. Am 20. Mai 1959 spielte er in Hamburg beim 1 zu 1 gegen Polen. Außerdem kam er am 8. November 1959 beim Spiel der B-Nationalmannschaft gegen Ungarn zum Einsatz.